Hallo, mein Name ist D'Aquila, willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Argentinien und der Solo-Sieg-Challenge. Wir haben Tag Nummer 42 und wir stehen weiter auf Rang 3 mit jetzt 283 Siegpunkten. Und unsere tägliche Chiapas-Schlacht gibt uns heute wieder mal ein großes Gefecht hier, wieder mal Angriffe aus Kamerun und dem Siam. Und wieder mal ein kompletter Sieg von unserer Seite, diesmal fast keine Verluste, ich sage extra fast, weil die Verluste doch etwas schwerer waren. In einem gewissen Aspekt, aber die Armeen haben selbst keine gehabt. Wir konnten hier gut weiter uns verteidigen, haben Kamerun über 80, fast 100.000 Truppen abgenommen und auch Tessiam mit hohen, hohen Verlusten hier. Also wieder mal wirklich schwerwiegende Probleme hier bei ihnen und damit wieder ein weiterer Sieg. Chiapas in unserer Hand und wir konnten sogar heute bis nach Mexiko-Stadt und Guadalajara vorrücken, sie hier kurzzeitig sogar einkesseln. Hat nicht lange gehalten, aber zumindest ein bisschen Panik verursacht und damit wieder jetzt gute Kontrolle hier über diese ganzen Gebiete. Der Feind hat einfach keine wirklichen Mittel gegen uns, der kommt nicht so richtig weiter. Wir bauen hier immer stärker aus, jeden Tag kommen mehr Truppen an, wir bekommen mehr schwere Panzer, schwere Einheiten. Und zum ersten Mal werden unsere Fernkampfeinheiten wirklich so richtig wichtig. Wir schaffen es eben, das einfach für sie so schwer zu machen. Hier, sie können einfach nicht vorrücken, werden immer bombardiert, haben einfach keine Chance. Das macht es für sie einfach richtig schwer. Die Verluste sind hoch, sie verlieren Truppen, können die fast gar nicht ersetzen, nicht in der Moral, nicht in der Stärke. Und damit gewinnen wir aktuell diese Materialschlacht und haben selbst kaum Materialverluste. Leider hatten wir heute eine größere Menge davon, wir haben alle unsere Bomber verloren. Ich habe einen großen Angriff befürchtet, angegriffen mit den Bombern ihre Truppen hier bei Bemopan. Sie haben gegen angegriffen, konnten uns vernichten. Wir haben alle Bomber verloren, das war sehr bedauerlich. Der Schaden ist zwar enorm, die Bomber waren auch stark angeschlagen nach jetzt Wochen der Kämpfe. Aber die sind alle weg, ich werde mir neue bauen, wird ein bisschen dauern, ist jetzt nicht der schlimmste Verlust. Wir haben eine gute Marine-Defensive hier mit den EBGs. Aber die Bomber werden insgesamt als die schnelle Eingreiftruppe so ein Stück weit fehlen. Das ist jetzt etwas bedauerlich. Aber ich habe andere gute Nachrichten, die das mehr als Wett machen, das kann ich euch versprechen. Denn wir haben komplett gekappt zum ersten Mal die Atlantic-Konvois des Feindes nach Amerika. Aktuell ist die Amerika-Route komplett dicht, der Feind kommt nicht mehr durch. Und das ist für den Feind schon ein kleines Desaster. Die Südroute ist jetzt ganz zu, hier ist zu, hier ist auch zu. Wir haben es Artis hier auf San Juan, auf Puerto Rico und noch in Haiti. Die werden jetzt hier dicht machen. Der Feind hat ja die Route gewählt gehabt, vorher noch an Kuba und Nassau vorbei, eben durch den Golf. Das ist jetzt ganz dicht, da haben wir jetzt gut zugemacht. Wir haben weiter Hamilton gesichert. Es gab eine große Seeschlacht heute mit einem Schlachter aus Madagaskar. Haben wir versenkt. Und hier kommen gerade zwei Bomber aus dem Siam, die wir auch gleich versenken werden mit dem U-Boot. Also auch da keine Sorge. Das wird gleich richtig cool sein. Und das Schlachtschiff macht hier auch dicht. Das wird jetzt hier weiter gucken, dass eben hier keiner durchkommt. Irgendwie so in der Art. Das sollte ja hier ohnehin funktionieren. Hier oben kommen gerade mehr Feinde, lange werden wir mal hier hinfahren. Und dann quasi hier so dicht machen. Das heißt, wir haben hier die volle Kontrolle. Niemand kommt durch. Das Schlachtschiff kann hier alle innerhalb von einem Tick zerstören. Kann dann immer neu schießen. Und damit wird der Feind hier gänzlich zerstört werden. Keine Schiffe werden durchkommen. Das ist schon ziemlich cool. Also wir haben quasi die ganze Konvoi-Route hier zerstört für den Feind. Alle Alternative sind ebenfalls zu. Der Norden ist noch aktuell frei. Aber auch das dann nicht mehr lange. Sobald hier eine Artie fertig ist, ist auch das dann gelöst. Und damit haben wir den Atlantik quasi unter unserer Kontrolle hier. Es sind auch viele feindliche Schiffe da. Aber wir haben eben jetzt aktuell unsere Raider da. U-Boote, Schlachter, Arties und auch Bomber können wir haben. Und damit ist der Feind hier erstmal abgeschnitten. Das wird auf jeden Fall die Position hier schwächen. Das heißt, es gibt keine frischen Kräfte mehr. Auch nicht mehr unbedingt aus Kamerun. Fürs Erste zumindest, was gut ist. Aber ich glaube, Kamerun plant noch was anderes. Ist das Problem. Ich glaube, Kamerun plant anders. Ich ziehe mal das U-Boot ab, weil sie haben nämlich hier eine Bewegung. Die macht mir gerade ziemlich Sorgen. Erstmal noch weiter Blick im Norden. Wir haben außerdem auch Orlando eingenommen. Wir haben Florida wieder genommen. Das war ein großer Sieg für uns. Da haben wir nämlich mit den Bombern von Nassau aus die Garnison aus Alaska zerstört. Haben das genommen. Noch gehört es uns. Das ist super. Wir können mal eine Festung bauen und können uns da jetzt verschanzen. Wir werden es eventuell nicht halten können. Wenn da ein Feind kommt, haben wir keine realistische Chance, das zu halten. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Geste, dass wir eben Provinzen wieder einnehmen und den Feind so vorführen können. Ist schon ein cooles Zeichen, da wir eben auch hier so stark gewinnen. Das ist schon geil. Also wir machen das schon ganz gut. Und diese kleinen Coups, die uns gelungen sind, sind hier in Orlando, Nassau und Hamilton. Das ist schon ein gutes Zeichen. Wir haben eben diesen Krieg hier gewonnen und haben es geschafft, hier wieder zurückzuschlagen. Ebenfalls für euch aktuell sogenannte Bermuda-Expresses durch. Und zwar hier mit dem Kreuzer haben wir ein paar Truppen dabei, die wir jetzt dahin eskortieren werden, um eben die Position auf Hamilton zu stärken. Für den Fall eines feindlichen Gegenangriffes werden wir eben die Insel stärken, versuchen weitere Garnisonen aufzubauen, um diese Insel zu behalten. Das heißt, wir werden eben diesen Express da durchschicken. Wir könnten auch mal hier einen Ballon mitnehmen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und wir werden dann quasi da landen mit dem Konvoi zusammen und eben die Garnison dort verstärken, ein bisschen tankier machen, eben den Ballon reinpacken für mehr Sicht. Das wird auf jeden Fall helfen bei der Bekämpfung der Konvois und bei der Sicherung der Insel. Und gleichzeitig müssen wir aber schauen, dass wir jetzt auch an den anderen Grenzen sicher sind, denn der Feind ist, glaube ich, noch nicht so ganz fertig. Kamerun hat ja schon länger keine neuen Truppen mehr geschickt nach Amerika und das liegt, glaube ich, daran, dass sie aktuell dabei sind, eine neue große Bedrohung vorzubereiten für uns hier im mittleren Atlantik. Das hier sind vermutlich ihre Schlachter, das hier sind vermutlich ihre Landungstruppen. Sie haben hier länger schon Truppen gesammelt, gerade außerhalb unserer Reichweite und ich gehe davon aus, dass sie weiter versuchen wollen, hier anzugreifen. Sie haben sich ein ziemliches blaues Auge geholt erstes Mal, viel verloren, aber sie werden zurückkommen und wir reagieren bereits darauf mit einer größeren Menge an EBGs. Wir haben bereits hier drei EBGs bereit, ein weiteres ist hier oben. Wir haben auch Armeen, die wir bereits sammeln hier, einfach für den Fall eben, dass was passiert. Ich weiß nicht ganz, was ihr Plan ist. Der Mangel an Bombern wird wehtun. Sie, auch Pakistan hier, ist ebenfalls da. Übrigens vorhin eine sehr komische Nachricht geschickt von wegen, warum ich sie angreifen würde. Sie wollten mir helfen. Ich habe wirklich keinen Plan, was sie meinten. Also vermutlich diese Angriffe hier. Ich habe jetzt hier vorhin mal drei Kreuzer von ihnen versenkt mit dem einen U-Boot, was ziemlich geil. Aber ich habe keine Ahnung, was sie meinten mit Hilfe. Sie sind der Leiter der feindlichen Koalition. Sie könnten das jederzeit beenden, wenn sie wollen. Sie sollen zu mir nicht kommen und sagen, oh, sie haben noch Hilfe angeboten. Ja, dann gib mir mal ein akkurates Angebot und nicht einfach irgend so was Kryptisches. Ich muss schon wissen, woran ich bin. Und vor allem machen wir eh keine Kooperation, weil wir ja Solosig spielen. Das heißt, nachdem sie ja quasi hier alles verursacht haben und uns ja auch gedroht hat mit Ultimaten, ist der diplomatische Weg ziemlich weit weg. Vor allem mit ihnen, weil sie ja auch wirklich gar nicht beeindruckend spielen. Ob sie mich angreifen werden oder nicht, keine Ahnung, mal schauen. Aber ich habe definitiv kein Interesse daran, mit ihnen irgendwie jetzt zu kooperieren fürs Erste, weil sie sind ja einfach die Schuld hier. Und vor allem ich fühle mich auch schon ziemlich wohl. Wir sind ziemlich safe. Klar, wenn sie kommen würden, könnte sich einiges ändern. Und auch hier drüben ist die Gefahr groß eben von der Landung aus Kamerun. Aber insgesamt mache ich mir jetzt keine Sorgen, im Sinne von, dass ich jetzt mit Pakistan Frieden schließen müsste. Da habe ich andere Dinge, die jetzt etwas dringender sind. Von daher habe ich das ignoriert. Mal schauen, ob sie noch irgendwas schreiben. Also ja, wir sind dabei, jetzt erstmal hier eine Defensive aufzubauen gegen Kamerun. Die werden noch was machen. Wir bauen aktuell hier oben weitere Kräfte aus, vor allem Jäger, um auch hier oben weiter unsere Luftfreiheit zu wahren. Ich denke, in Pasto bauen wir jetzt dann doch mal noch Bomber. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die sind schon relevant für uns. Leider sind unsere Kosten aktuell sehr hoch mit den ganzen Spionen. Und ich bin auch schon fast am Überlegen, einfach mit der Spionage hier im Siam aufzuhören und dem Feind diesen Sieg zu gönnen. Denn natürlich erzieht es sich schon etwas. Ich frage mich nur, wann sie halt irgendwann beginnen werden, jetzt hier mal die ganzen KIs auszuschalten. Das wäre mal eine ganz gute Tat. Oder einfach mal hier irgendwie Arabien oder Persien mit Alaska ersetzen, irgend sowas in der Art. Weil da werden sie relativ schnell gewinnen. Weil ich glaube, die Punkte werden eben nicht so ganz reichen ohne uns. Und so wie sie spielen, läuft das für sie gerade nicht ganz so gut. Pakistan macht das gut mit der Moral. Die halten sich gut über Wasser. Das ist alles sehr, sehr solide. Der Siam hat ein paar Probleme. Keine wirklich großen, aber sie werden auf jeden Fall auch Schwierigkeiten bekommen, wenn wir weiter so machen. Also mal schauen. Ich denke nicht, dass es sehr realistisch ist, dass wir irgendwie durchbrechen werden. Dafür ist einfach die feindliche Defensive zu stark. Vor allem, weil die Menge an Truppen, die sie einfach haben, da müssten wir schon wirklich perfekt spielen. Selbst hier oben, wo wir ja wirklich jetzt seit Tagen schon diesen kleinen Tanz machen, fast nichts verlieren, viel, viel zerstören. Sie können es halt doch relativ schnell ersetzen. Wir zerstören genug, dass es für sie ein leichter Verlust ist. Und gerade die Toren anhalten sind schon ein schwerer Verlust. Und wir können auch immer wieder mal diese Landetruppen angreifen. Aber insgesamt haben sie so viele Kräfte hier, dass es für uns sehr schwer sein wird, da entscheidend durchzubrechen. Und vor allem wird dieser Durchbruch auch teuer sein. Dann wieder viel Moralkosten. Dann auch ein Risiko sein eben von Flackierungsmanövern. Das ist für uns sehr schwer, was zu machen, weil sie einfach so eine Menge an Truppen haben. Und Pakistan noch da ist, Marokko noch da ist. Sie können also sehr schnell auch dann einfach irgendwo reagieren und dann eben eine Schwäche ausnutzen. Also das ist schon, auch wenn der Skill vielleicht nicht ganz so hoch ist, den sie bislang gezeigt haben. Sie haben halt eine große Menge und vor allem sie kooperieren relativ gut inzwischen. Sie haben das ziemlich gut gemacht. Madagaskar wirkt eher unbeteiligt, aber besonders eben Kamerun und Desiam, aber auch Alaska. Amerika, die kooperieren schon auf hohem Level, haben gute gemeinsame Aktionen, drängen uns auch gut immer wieder zurück. Die machen das schon sehr solide, kann man nicht anders sagen. Also da bin ich doch sehr überzeugt von, dass sie das gut machen. Wir werden natürlich dann sehen, wie das sich in Zukunft danach verändert und ob wir eben eine Chance haben, vielleicht jemanden zu frustrieren, dass sie irgendwann aufhören. Aber fürs Erste machen die das alles ziemlich gut und ich glaube nicht, dass einer von denen erstmal aufgeben wird. Vor allem, weil ja auch alle wieder zurückkommen. Arabien, Persien, Marokko kommen immer wieder zurück, machen wieder mit. Also von daher mal schauen, wie genau das aussehen wird. Aber ich denke, aktuell sind wir auf einem guten Weg, hier oben dominant werden zu können. Ich denke, das kriegen wir hin, denn wir sammeln immer mehr schwere Geschütze. Sie haben keine wirkliche Lösung. Sie schaffen es nicht, hier irgendwie lokal was aufzubauen. Die Bomber sind für sie nicht wirklich nützlich. Wir schaffen es immer wieder da, sie auch rauszulocken da und schaffen es eben, sie da auch die Ehre zu locken. Und der Schaden, den wir anrichten können jeden Tag, der ist schon immens. Also ich glaube nicht, dass der Feind das wirklich so will und ich glaube nicht, dass das für sie sich ändern wird. Sie müssten irgendwie meine Armee hier glücklich treffen. Das wäre quasi dann, was sie brauchen, aber das wird nicht passieren fürs Erste. Also bin ich aktuell noch ziemlich zuversichtlich, dass wir das gewinnen können, wenn das so weitergeht. Aber natürlich kann sich das bei der Zeit wenden. Denn diese 29 schweren Panzer sind noch da, schwer angeschlagen, ja, aber immer noch da. Vielleicht geht nochmal gerade ein Feuerbeschuss, der geht gerade, mal schauen. Wir zerstören wieder einiges und zwar zerstören wir hier nochmal 15.000 Infanterie und machen nochmal einen ganzen Haufen Schaden. Also der Schaden ist enorm, das kann man nicht anders sagen. Der Schaden ist absolut enorm. Wir freuen hier richtig gut rein. Ihre Armeen bluten langsam aus, ihre schweren Einheiten auch. Aber es dauert halt doch lange. Also der Fernkampffokus ist schon ein Problem. Ich wäre jetzt gerne hier mit 50 schweren Panzern da, das wäre angenehmer gefühlt, weil sie ja auch keine Festungen bauen. Aber ich bin halt einfach ein Fernkampf-Main, muss man einfach so sagen. Aber ich denke auch, dass es soweit ganz okay klappt. Denn wir haben eben jetzt hier die Position, dass wir verteidigen können. Wir schaffen das auch. Wir können sie aufhalten. Dank der Artis, dank der EBGs eben auch. Denn ohne derer würden sie jetzt schon deutlich stärker sein. Da hätten sie über 500.000 Truppen von Kamerun und hier 100.000 mehr. Das hat schon einiges in Arbeit gemacht. Das ist schon ziemlich gut. Also das kann man auch so nicht ignorieren. Die Artis waren schon ein wichtiger Faktor für uns. Die größte Sorge für mich ist gerade wirklich das hier. Weil das könnten halt dann irgendwie auch schon 10 Schlachter sein und irgendwie 20 Ballons. Das wäre schon eine ganze Menge. Und dann bräuchten wir halt auch Artis, um das aufzuhalten. Ich ziehe mal hier was ab. Warte mal, wir machen das mal so. Wir ziehen hier mal diese Kräfte ab und schicken die auch nach Süden. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir nicht hier auch noch was abziehen. Wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Kampfkraft da unten, weil das könnte halt echt eine große Flotte sein. Das könnte halt echt eine Flotte sein. Sie könnten auch versuchen, hier auf King Edward Point und die Falkland-Insel zu gehen. Das wäre unglücklich, weil wir da keine Defensive haben. Wir bauen gerade noch aus, aber bis von der MBG haben wir noch ein bisschen Zeitdauern. Das könnte ähnlich sein wie mit St. Helena. Da würde ich auch gerne landen wieder, aber das wird auch erstmal nicht passieren. Und eben auch Pakistan ist da mit ihren schweren Einheiten. Wir haben zum Glück einiges versenken können, aber wenn sie aktiv werden sollten, ist das ein ziemlich großes Risiko. Also ich bin da leider sehr besorgt. Also der Feind hat, denke ich, die Optionen, gerade aktuell, wo wir eben hier oben so committed sind, hier unten eine Aktion zu starten. Wir haben noch keine starken Kräfte und wenn ich jetzt hier unten ausbauen würde, dann wäre der Norden wieder ein bisschen ignoriert. Weil aktuell ist quasi unser Plan, hier oben schwere Panzer zu bauen und dem Feind die Stirn bieten zu können. Aber wenn ich das mache, kann ich hier unten keine weiteren Armeen aufbauen. Das ist ein bisschen schwierig dann. Ich kann hier unten auch Schlachtschiffe bauen, das ist ganz schön. Ich baue hier auch schwere Panzer. Wir bauen hier noch ein Jagdflugzeug. Das brauchen wir theoretisch auch noch. Das könnten wir auch lassen, aber das ist, glaube ich, ganz gut. Schwere Panzer, schwere Panzer, genau so sieht es aus. Aber ich müsste theoretisch hier unten lieber lokal was produzieren für unsere Defensive Einheiten. Und das Doofe ist auch, wir haben nicht sehr viele Ressourcen, leider. Das ist alles sehr teuer. Die Spionagekosten machen ziemlich Probleme, 103.000. Sie haben einige gefasst. Ich glaube auch eventuell im Siam. Wir schauen mal ganz kurz, wo die gefasst wurden. In Dingen ist es auf jeden Fall nicht. Im Siam wurde da jemand gefasst. Wir haben viel Geld verdient, das ist ganz gut. Ich glaube, sie haben keinen gefasst. Sie haben einen gefasst. Und zwar in Jinghong. Das ist dort. Okay, sie sind uns auf der Schliche. Sie wissen Bescheid. Mal schauen, wie gut das wird. Vielleicht doch auf Kamerun gehen, aber die sind auch defensiv tätig. Wir könnten auf Pakistan gehen, aber auch das ist riskant. Das wäre auch ein sehr großer, sehr großer Effort. Im Endeffekt ist das Ziel ja einfach nur quasi einen von ihnen zum Kollaps zu bringen. Am besten Kamerun. Denn wenn Kamerun weg ist, ist man da gar kein Problem. Und auch das Siam ist machbar. Also wir müssen mal schauen. Wir müssen quasi einen besiegen, weil wir können nicht alle auf einmal besiegen. Gerade mit Pakistan im Boot wird das sehr schwierig. Wenn Pakistan beitritt mit einer großen Armee, ich weiß nicht, ob ich das vermeiden könnte, da noch zu verlieren. Das wäre sehr schwierig. Da müssen wir dann schauen. Das könnte für uns sehr schlecht ausgehen. Der zweite Platz sollte aber relativ sicher sein. Relativ. Müssen wir schauen, wie das geht. Klar, eine Allianz wäre am besten, aber ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Wir werden es sehen. Wir werden hier gleich diese Bomber abschießen. Das wird toll sein. Ein toller Erfolg für uns. Aber insgesamt weiter eine sehr, sehr riskante Runde. Jeder Tag ist immer sehr entscheidend. Jeden Tag könnten wir sehr leicht verlieren. Denn wenn wir hier einfach engaged werden würden, würden wir einfach verlieren. Das ist einfach eben Aktivität, die uns hier am Leben hält. Und der Süden weiter sehr verwundbar. Bis auf Rezife ist alles sehr verwundbar. Hier ist teilweise noch nicht repariert. Dauert noch eine ganze Weile. Der Moralschaden war hoch. Rio de Janeiro und Co. Alles angreifbar. Der Süden hier auch mit Festungen kaum versehen. Das ist alles ein großes Gefahrengebiet. Wir haben eben nicht die Ressourcen, alles aufzubauen. Das ist das Problem. Und der Feind kommt jetzt hier mit Truppen rein. Zerstört die Sichtlinien. Zerstört hier alles. Das ist alles sehr gefährlich. Also ich habe durchaus Sorge davor. Und jetzt ohne Bombern sind wir noch weniger gut geschützt. Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir werden es sehen. Gemeinsam dann. Auch hier oben Luftverheizung ist ein Thema. Der Feind hat viele Jäger hier. Zwei Jäger aus Alaska. Hier nochmal drei Jäger aus Alaska. Bomber aus Alaska. Viele Bomber generell. Wir haben einige abgeschossen, aber auch nicht alle. Es ist einiges los. Und diese Armeen sind noch lange nicht besiegt. Neue kommen rein. Hier neue riesige Armeen. Das ist alles nicht so geil. Der Feind kann jeden Tag zehntausende, fast hunderttausende Truppen nachbringen hier. Das macht das Rennen und den Gegenangriff doch sehr schwierig. Wenn wir die zerstört haben, sind die nächsten bereits da. Das ist alles gar nicht mal so geil. Und die Flotten wachsen auch. Pakistan wächst immer weiter. Die bauen auch aktiv. Jetzt zum ersten Mal. Wir haben bereits gesehen Berichte aus Pakistan, wo sie zum ersten Mal richtig Panzer bauen, Bomber bauen. Die machen was. Also ich bin da sehr besorgt. Das ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Diese Erfolge hier sind toll. Aber sie stoppen eben nur Madagaskar und vielleicht zum Teil Kamerun. Das ist noch nicht so wichtig. Und hier kommt Marokko. Hier kommt jetzt Marokko an. Das wird auch nochmal ein Problem. Wir müssen eigentlich hier bleiben. Oh, das wird jetzt schwierig. Marokko kommt zurück. Das ist ganz, ganz unideal. Marokko ist nämlich eine große Gefahr. Wir brauchen das EBG eigentlich hier. Ich wollte das eigentlich nach Norden schicken, aber wir brauchen das hier. Marokko ist eine Gefahr. Die könnten auch versuchen, in San Juan zu landen. Wir müssen da irgendwie lokal verteidigen können. Das ist wichtig. Ich darf diese Inseln nicht verlieren. Die sind zu relevant für uns. Das geht auf gar keinen Fall. Das geht auf gar keinen Fall. Wir nehmen mal die Truppen aus Kingston, packen die darüber. Irgendwas in der Art vielleicht. Wir brauchen auf jeden Fall hier alle Kräfte, die wir haben können. Wir sollten das verteidigen können. Wir haben die Artis auch hier bereit. Also ich denke, Puerto Rico ist verteidigbar. Wäre sehr verlustreich für sie. Aber wieder in Marokko zu versenken, ist zwar geil. Das stoppt wieder die nächste ihrer Heeresgruppen. Aber es verbraucht eben wieder einen ganzen Tag an wichtigen Ressourcen. EBGs, die hier oben sein könnten, die hier unten sein könnten. Eine Arti, eine Armee, Schiffe. Alle möglichen Aufmerksamkeiten, die wir sonst woanders haben könnten, wird eben dann hier benötigt. Und das macht die ganze Sache doch relativ schwierig. Weil eben dann die Aufmerksamkeit da fehlt, wo sie gebraucht ist. Hier oben zum Beispiel. Also mal schauen. Und ich denke, es ist okay. Wir haben einige Erfolge erreicht. Und die Linie hier hält weiterhin, wird ausgebaut. Ja, pass, weiß sogar wieder permanent. Mal schauen. Und der Feind wieder auf dem Rückzug zum dritten Tag in Folge. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.